Eee, da wird ein Zeug so! Da bauen wir schon mal in den Spanien auf. Da brauchen wir noch etwas anderes zu tun. Da wollen wir nicht die Hütte machen, sondern... Soll ich das noch mal anschauen? Nehmen wir uns noch mal unser... ...unsoll erinnern sich noch mal anschauen? Ja, du steck ich mir! Du sagst es? Okay, muss ich hier aufschauen? Jetzt haben wir vorhin noch die Erinnern. Dann noch was in den Bereich der Samarstrasse zu machen ist. Ungebracht, ob die hier auch gut ist, was es aus. So. Die München macht nicht mehr. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. So. Spitze. Man muss die Spitze sein. Jetzt haben wir vorhin. ... ... ... Das ist ein Spongebung, Leute! Das wird voll verdächtig! Ah, der Mann ist der erste... Erste Ruck! Oh, das ist gut! Ja! Ah! Und der Inselbus kommt und gelang zum ersten Platz! Ja! 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 Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen zufrieden. Du hast den hier angehen. Das ist ein bisschen zufrieden. Ich glaube, ich hatte den vielen, Herr Sork. Oh, das war's. Das war's. Ich muss nicht essen, wir haben die Anzahl. Ich muss ab und zu weit. Hey amigo, wie geht's denn so? Ich höre doch noch die Vollgas. Hey, Francesco! Mit dir? Die Gas ist nicht gut. Oh! Oh! Ohne wird hier gefault. Aber wir bleiben bei der Aufdrückung Platz. Wir fangen ganz so künst an, wie wir von ihnen gewollt sind. Das sind die Schriften frei. Das sind die Schriften frei. Die Schriften frei zu werden. Die Schriften frei! Die Schriften frei. Die Schriften frei. Die Schriften frei. Gahhh! Ich bin auf die Bühne dran! Ich bin sehr gut, ohr! Ich bin sehr gut. Oh, hier ist nur noch ein paar. Hier sind auch noch ein paar Seiten. Musik Keine Wofürröben zu holen Jetzt durch die Brücke Jetzt mehr dort Pulswand Was ist da für ein Taxi? Oh Jetzt gehen wir auf die Führung für die Brücke Das ist hier. Also, ich kann mich nicht mehr auf. Ich kann mich nicht mehr auf die Seite mit dir. Das war's. Oh! Das war's, das war's. Jetzt kommen heute die Ängste, dass der Böcke und der Kaffee mit Fresse losklettert und der Äster. Jetzt gibt der Gas und macht wieder einen Stamm. Der Liederstamm bin ab dem Wödel. Der Liederstamm bin ab dem Wödel. Der Liederstamm bin ab dem Wödel. Ich habe die Macht. Die Luft ist in dem Wödel. Er wird das. Er wird das. Ich bin jetzt ein Wödel. Der Liederstamm ist. Er wird das. Dann, ich habe die Niederstamm. Er wird das. Und in der Nacht. So, dann können wir, äh, binden. So, dann können wir, äh, Dann haben wir, äh, binden. Dann haben wir jetzt ein Böppel, das war dann im Innenbereich, denke ich. Übrigens habe ich mich beschlossen, dass wir 30 Filmen... Um auf etwas Interessantes zu stoßen, folge dem markierten Pfad. Das ist dann, äh, alles hier. Erscheinen dir die vielen Möglichkeiten der Toybox etwas zu endlos? Probiere ein Toybox-Erweiterungsspiel aus. Jedes enthält einzigartige Herausforderungen und Ziele, die dem Spielen in der Toybox etwas mehr Struktur verleihen. Um ein Toybox-Erweiterungsspiel zu besuchen, lege einfach ein Toybox-Erweiterungsspielteil auf die Disney Infinity Base. Jo, okay, Infinity Base. Um als jemand anderes weiter zu spielen, entferne die aktuelle Figur aus der Disney Infinity Base und ersetze sie durch eine neue. Die Figur von Spieler 1 sollte auf der linken Seite der Disney Infinity Base stehen, die des Spielers 2 auf der rechten. Du hast ein Bonus-Spielzeug bekommen, weil du alle Missionen der Toybox-Spezialisten beendet hast. Hol dir dein Spielzeug. Mit den blauen Funken, die du sammelst, kannst du Spielzeuge im Spielzeugladen kaufen. Auf Wiedersehen! Kira ein Glück! Aaaaah! 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 Quick catch! Ich habe mich zu da. Ah! Ah! Grüne Funken heilen deine Figur. Sammle grüne Funken und Funkenkapseln, wenn deine Gesundheit bedroht ist. Hey, Ketchup habe ich den Kräger. Rush! Die Macht ist mir gut. Du bist ein prima Funken-Sammler. Du bist ein prima Funken-Sammler. Fuck this. Du bist ein prima Funken-Sammler. Das ist eine Kと思います. Du bist ein prima Funken-Sammler. Ja, das ist ein prima Funken-Sammler. Okay, ich kann noch ein paar Verfexten, das ist nicht richtig, es ist nicht richtig, es ist nicht richtig, es ist nicht da. So, denken wir, Donnie hat noch ein bisschen los aufkämpfen, oder was soll's nicht so? So, da... 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 Ah, ich sehe das Beste ab, hm? Er kommt aber gleich mal mit mir. Das war's für heute. Oh, 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 oh! 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 Oh, 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 oh! Hatschen mit dreht! Da war ich nicht! Ist das nicht so, wir wollen? Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, gut, gut, gut. Ich muss die bitte schwälen können da unten. Ja. Ich habe es auf den Weg geblieben. Das war's für heute. So vieles! Oof, ich bin so gut. So vieles! Ja, kann ich auf das? Das war's für heute. Ja, das geht Ich mach mal mit ihm Immer Ja, das geht Ja... Ja... Oh! Oh, hier! Das war's für heute. Das war's für heute, bis zur nächsten Folge.